Leute, ich grüße euch, ey, es ist ja unglaublich, es gibt einen neuen Trailer zu One Piece, nachdem mir der letzte schon ultra gut gefallen hat, aber die Kritiken waren dermaßen krass, ich konnte es gar nicht verstehen, alle haben CGI kritisiert, haben irgendwie die ganzen Trailer kritisiert, das passt hier nicht, das passt da nicht, ich fand es total geil und ich bin gespannt, was der zweite Trailer zu bieten hat, und es ist ja auch nicht immer lange, nur noch knapp eine Woche, dann geht es auch schon los mit der ersten Folge, mit der ersten Folge, müsste doch jetzt losgehen, oder erst nächsten Monat, wird es inzwischen im gleichen Trailer auch gesagt, ich bin auf jeden Fall schon hyped, und ich bin gespannt, was wir jetzt hier sehen werden, wir sehen ja schon hier, Ketten, Schuhe mit Ketten, und ich würde sagen, let it go. Oh, ist das Marineford? Wie geil, oh nein, das ist hier, alter, das ist hier Roger, ne, das ist, ähm, oh mein Gott, das ist die Intro-Szene. Ja, Mann. Freie euch selbst, take to the seas, my treasure is yours to find. Oh, nah, mich so schön erwischt, oder? Freie euch selbst. Guck mal, wie gut das aussieht, ey, ich verstehe es nicht, was, was wird denn da gemeckert, es sieht geil aus, ey. Oh, nein, das ist das. Gold Roger, alter, da ist er. Gold Roger, man, ey, wie gut ist es jetzt? Oh, no. Oh, das sieht gut aus, ey. The Straw Hat Crew. Nice, Diamond. A treacherous stretch of ocean, with bigger islands, bigger pirates. And that's where we're gonna find the one piece. You've been making enemies everywhere we go. Oh, shit, ey. Oh, wie gut ist das denn gemacht worden? Da mach ich mir auch keine Sorgen mehr, dass der Fels jetzt irgendwann mal Law dazukommt und dann loomt. Umbuds. Kommt, dass dann die Körperteile auseinandergenommen werden. Alter, das sah ja richtig nice aus. Können wir nochmal reingehen, Alter. Buggy, Alter. Das sieht doch gut aus. Buggy, Alter. Richtig stark, ey. Nice. Das sieht gut aus, ey. Job, Job, Job. Job, Job, Kanan. Hit the dirt. Luffy, they are hunting you. Schön. Guys, save your ass. Oh, I saved Joros. Oh, habt ihr das Blut gesehen? Sogar mit Blut? Luffy, they are hunting you. Guys, save your ass. Oh, I saved Joros. 31 august okay ein monat noch warten ein monat noch warten ist cool can handle anything die stimme auch geil leiter ich weiß noch die erste staffel und die ich gesehen habe bei der ersten fischmenschen insel oh mein gott alter war das geil wie schwach luffy da einfach noch war und so krass man ey und das kriegen wir jetzt einfach ja als echtzeit serie sozusagen als real life serie geil mann geil geil gecastet auch meine ich weiß gar nicht was alle gegen die drachen hatten die wasser drachen das sieht auch gut aus auch das sieht gut aus was so specielt und Ich bin Monkey D. Loopy. Und ich werde King of the Piraten sein. Yes, Baby. Ich wusste nicht, dass es so viele Piraten gab. Das ist schade. Ich weiß, richtig? Wo ist mein Gesicht? Das fühlt sich so gut. Ich freue mich so drauf. Der zweite Failer ist ja noch mehr Banger als der erste. Geil, Mann. Geil. Schreibt es unten in die Kommentare. Das wird absoluter Hammer. Ich weiß es jetzt schon. Ich freue mich drauf. Leute, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Lasst ein Abo da, falls ihr keine weiteren Sachen hier verpassen wollt. Dicker Kuss geht raus. Euer Dent. Macht's gut. Ciao.